Hallo, heute möchten wir euch einen ganz tollen Zeildesattel vorstellen und zwar ist das das Dressurmodell Kira Class. Die Kundin hat sich den genauen dieser Konfiguration gewählt und zwar ist die Farbe Ariana. Und wie ihr seht, hier ist auch der Unterschied von den verschiedenen Ledertypen, was wir immer wieder erklären. Das ist also hier ist Boxcalp, das heißt dubliertes Taschenleder und dieses ist Couponleder. Das sind immer verschiedene Lederarten und dann fallen die Töne auch verschieden aus. Hier haben wir das TM System, das ist das Pauschensystem, das kann man verstellen und zwar ist hier eine Schablone. In der Pausche sind Löcher, dann kann man das entsprechend verstellen, wie du gerne die Position haben möchtest, da kommt auch dazu ein Schlüssel. Dann hat dieser Sattel noch den extra Frauensitz, das heißt er ist hier vorne etwas schmäler und hier hinten, wo unsere Sitzknochen sind, etwas breiter. Das ist sehr angenehm, weil du sitzt tatsächlich mit den beiden Sitzknochen auf dem Sitz. Zusätzlich hat dieser Sattel noch die extra Schulterfreiheit, hat die Kundin gewählt für ihr breites Pferd und hat einen sehr, sehr breiten Kanal, einen 11 cm breiten Kanal. Dann haben wir noch als Zusatz auch die Multipositionsvorgurtstrippe, das heißt du kannst die Vorgurtstrippe entweder hier vorne einklinken, dann kannst du sie hier durchziehen oder du kannst sie rausklinken und hier rein machen. Dann hast du die zweite und die dritte Gurtstrippe gehen wie immer zusammen mit einem V, die kannst du hier auch verstellen mit dieser Schnalle, also du machst es auf, dann kannst du die weiter nach hinten oder weiter nach vorne verstellen. Das ist super, denn damit kannst du das gleichgewichtete Schwerpunkt des Sattels verstellen. Und was natürlich wunderschön, was die Kundin sich ausgesucht hat, das sieht ganz toll aus, und zwar der Hinterzwiebel mit den Strasssteinchen und dem weißen Keder. Das ist ein super toller Sattel, der kann hergestellt werden nach Ickiskan, wenn du das wünschst. Dann kommen wir zu dir, vermessen deinem Pferd und der Sattel wird nach Ickiskan hergestellt. Die Herstellungszeit ist im Moment eine Woche, das ist unschlagbar.